Hallo und herzlich willkommen an Bord des Landeier-Bullis. Wir sind auf dem Weg nach Borken. Bocholt. Entschuldigung. Bocholt. Schöne Stadt, Bocholt. Wir freuen uns auf Bocholt. BWK Kongress 2010. Erfreulicherweise nehmen wir heute Abend den Pokal entgegen für den gewonnenen Schlagerwettbewerb. Eine super Sache jedes Mal. Darf man gerade eben was zeigen? Es ist ein sehr langer Hinweg gewesen nach Bocholt. Aber wir sind ja auch mit 24 Leuten in diesem Bulli. Und ich darf es mal zeigen. Und heute ist nicht irgendein Abend. Nein, heute ist der Abend, an dem wir nicht nur einen Gang hochschalten. Nein, Freunde, wir geben heute Vollgas. Vierter Gang. Und der Merch legt los. Und wir heben ab Richtung Bocholt. Bocholt. BWK Kongress 2010. Viele Leute da. Viele Leute in viel Stimmung. Wir freuen uns auf den Auftritt. Vollgas, Freunde. So. Es sind jetzt schon ein paar Stunden vergangen und wir warten immer noch auf unseren Auftritt. Das macht aber nichts. Wir sind im Bocholt sehr langsam. Wir sind im Bocholt sehr gut versorgt worden. Liebe Freunde. Und guckt euch mal an, was die Katja organisiert hat. Das ist unsere reizende Katja mit ihrem Promotion-Stand. Sie hat alles dabei heute Abend. Vor allen Dingen die Terminkarten, die Liste. Die Katja ist einfach unersetzbar. Wir freuen uns, Katja, dass du heute Abend wieder da bist. Du bist einfach saugut. Jetzt und hier. Oh, bitte. Schalalalalalala. Nur ein Foto für mich. Schalalalalalala. Ich glaub, ich liebe dich. Du lächelst wunderbar und mir wird sofort klar. Ein Foto wär jetzt schön, bis wir uns wiedersehen. Ich mach mein Handy klar. Du bist mir schon so nah. Bitte sag doch ja. Alle! Schalalalalalala. Schenk mir ein Foto von dir. Schalalalalalala. Am besten jetzt und hier. Oh, bitte. Schalalalalalala.